Liebe Mensch- und Tiergemeinde, schaut der Wahrheit ins Gesicht. Mensch und Tier sind manchmal... Der Tintenfisch wird hinter Glas erst schön, als Hinterglastier im Aquariumsbecken. Da kann man ihn die vielen Arme strecken und diese Arme auch von unten sehen. Ah, das sind Perlenschnüre, die man sieht. Saugnapf an Saugnapf sitzt wie Perl an Perle. Sind Tintenfische sonst auch rüde Kerle, gern sing ich ihnen hinter Glas ein Lied. So manches Hässliche, das uns umschlingt, kann überraschend schön sein und voll Frische, wenn man es in den rechten Rahmen bringt und hinter Glas setzt wie die Tintenfische. Mal zeigen Hunde Jungen oder Mädchen ohne Charme uns ganz einfach ihre Zungen. Wie infam. Die sind frech, wird mancher denken, aber nein, dies Hundezungen schwenken muss so sein. Kleine Katzen wollen tollen und die Wollekneuel rollen, das sieht sehr possierlich aus. Doch die kleinen Katzen wollen bei dem Tollen und dem Rollen fangen lernen eine Maus. Liebe Mensch- und Tiergemeinde, schaut der Wahrheit ins Gesicht. Mensch und Tier sind manchmal Freunde, aber manchmal, aber manchmal, aber manchmal leider nicht.